Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Trading Tips. Unsere Empfehlung für Sie heute ist die Aktie von Borussia Dortmund. Der BVB gestern mit einem sehr wichtigen Sieg in der Champions League im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain mit 2 zu 1 überraschend gewonnen und das treibt die Aktie an. Heute bereits 1,5-2% im Plus. Wir sehen es hier auch, charttechnisch sieht es jetzt gut aus, die Aktie im Bereich der 200-Tage-Linie gelingt hier. Der Sprung über diese Marke wäre der Weg bis in den Bereich des Jahreshochs bei 10,04 Euro durchaus möglich und sportlich läuft es wieder gut. Der Sieg in der Champions League jetzt eben auch verbunden mit der großen Chance ins Viertelfinale vorzudringen. Hier winken weitere Millionen, weitere Einnahmequellen. Und auch in der Bundesliga hat sich Borussia Dortmund deutlich stabilisiert. Die erneute Teilnahme an der Champions League winkt. Auch hier dann im kommenden Jahr wieder Einnahmen garantiert. Und gleichzeitig durch die sportlichen Erfolge steigen natürlich auch die Marktwerte der Spieler. Der Winterneuzugang Erling Haaland hat seinen Wert inzwischen bereits durch seine Tore deutlich gesteigert. Auch andere Neuzugänge wie Emre Can oder das junge Talent Giovanni Reiner werden immer mehr wert. Hier winken in Zukunft hohe Transfererlöse, was die Aktie dann weiter antreiben dürfte. Aber wie gesagt, zunächst einmal Ziel im Bereich 10 Euro. Wer dieses Szenario spielen will, kann auch auf ein Hebelprodukt setzen. Ein Faktor Long unseres Partners Morgan Stanley mit Faktor 3. Wenn wir hier ausgehen, gute 10% Gewinn bei der Aktie sind hier über 30% Gewinnchance möglich. Abgesichert werden sollte das Ganze mit einem Stopp bei 13 Euro, um vor möglichen Rückschlägen auch sportlicher Natur gefeit zu sein. Von daher sollten Sie mit diesem Produkt gut verraten sein, entspannt in die nächsten Handelswochen und auch in die nächsten Wochen für den BVB auf sportlicher Sicht gehen können. Und wir sehen uns dann morgen wieder mit einem neuen Trading Tipp.